ja und ob ich hier durch die unsichtbar Die Ratten sind fies, wenn ich hier durchs Sand laufe. Hey Mungo, alles klar in das Haus. Hallo, Suspels 27. Und ja, ich denke schon, alles klar in das Haus. Hier bitte ein Bild und Musik von Dr. Haus einfügen. Danke. So. Oh lol, da ist wieder... Oh nee, 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 nee. Oh Gott, die Ratten plus der Typ gleich schlechte Kombination. Weg. Oh Gott. Wie viele sind denn das? Okay, das sollte jetzt... Okay. Ist sowas? Ich glaube, ich hab... Ich hab Played in jetzt. Ich hab Played in jetzt. Jetzt. Zack. Easy. Easy. Jetzt haben wir wieder 20. In der... In der Bank. Äh... Okay. Da komm ich nicht durch. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie... Ich muss jetzt irgendwie da... da links sind. Aber ich komm ich da jetzt nicht einfach durch. Ja. Easy. Ah, die... Die gleiche Mechanik hatten wir eh schonmal beim... Äh... Wie heißt der? Bei dem... Beim Feuerberg da. Bei den Corona. Da war's die gleiche Mechanik. Genau. Easy. Ah. Hier... Haben wir schon einen kleinen Teaser auf das, was uns... Auf das Item... Was uns erwartet. Äh... Was uns erwartet. Gut. Deutsch. Ja. Kommt her. Ich hab Platz für alle Käfer. So. Jetzt weg. Nice. Jetzt weg. Na... Die Tante ist wieder da. Am Fuche. Endlich draußen. Auch der nette junge Mann von neulich. Schön dich zu sehen. Reiß wir doch ein Stück gemeinsam. Wo wir uns nun... Schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du rausholst. Jederzeit. Die Tante. Okay. Okay. Lang lang ist es hier. Und ich meine nicht den Piano Virtusen. Okay. Ich hab fast, dass ich hier als Wolf durchstarten muss, weil ich hier einfach als Mensch zu groß bin. Oder? Ja, komm, wie das... Gut. Ich bin wieder wirklich gesoffen. Ja, Midna, das Kopf wird zwar eigentlich zerstört und zerschmettert, aber ist ja egal. Midna denkt sich nur, scheiß Käfer. Zack. Ah ja, hier sind wieder die komischen Skelettkrieger. Einfach hier, Bombenpfeil. Und schon sind wir das Problem los. Oder? Ich muss die erstmal aufbauen lassen. Okay, interessant. Das war zu früh. Jetzt. Hallo, okay. Äh... Was ist das zu drüben? Geh mal rüber. Kann man sich aufbauen lassen, genau. Geh mal rüber. Jetzt komm her. Und weg ist er. Kreisel! Kriegen wir den jetzt schon? Komm ich da hoch? Ja, ich komm nur so hoch. Alles bringt mir nichts. Scheiße. Äh... Was hat sich jetzt er nicht getan? Ich hab nicht aufgepasst. Hat sich da was getan? Komm, ich die Wände von Lulu. Ja, nice. Okay. Ups. Oni. Ne. Oh Gott. Tschüss. Okay, das war überhaupt nicht knapp oder so. Okay. Nice. Okay, ja. Der Raum sieht ja nach einem Zwischen-Fight aus. Soll ich jetzt kurz Pause machen? Äh... Soll ich mal was auf Kerntnerisch schreiben? Ja. Tu dir keinen Zwang an. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich... Ob ich jetzt, äh... Einen Cliffhanger machen soll und kurz Pause machen soll. Und dann wei... äh... später weiter streamen soll. Oder ob ich jetzt einfach reingehen soll. Und mir den Kreisern zu holen. Hm. Ich trinke erst mal was. Ich trinke erst mal was. Ist was, ich geh einfach rein. Ich kann nicht mehr. Auf geht's. Zwischen-Fight-of-Doom. Boah. Der Hose... War ziemlich close. Miroslav. Ja, hol da den Kreisel. Wenn du schon da bist, kill den Sack! Auf geht's. Ahll... Ja. ich erinnere mich der feite der feit war geil auf jeden Fall sieht das Schwert geil aus das hat damit Absicht gemacht damit er Eindruck schütten kann aber nichts sagt nichts sagt ja komm her du kannst mir nichts ok ok warten wir kurz ab der Geist mit dem Schwert so angriff zack 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 angriff so jetzt das ist das das ist das ist das ist das ist das ist das ist das das angreifen dann und jetzt ist er weg oder oder ja 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 jetzt kommt das das was kommt jetzt oh 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 und du hast du hast den gleiter also known as kreisel von sophia black ein antikes fluggerät mit dem du dich über den boden schwebend fortbewegst leg ihn auf luft verwende ihn auf sandigen gebieten sowie zum gleiten auf schienen an der wand drück in der luft um dann die geschwindigkeit zu erhöhen nice weiter kreisel es ist so cool es ist so cool es ist so cool und runter ok sehr schön eines der coolsten items in toilet princess ein sehr schönes item jetzt können wir uns über äh fortbewegen wo sich quasi diese diese schienen an der wand befinden hier äh nein so genau ach okay es kann mir ganz easy zu entliegenden fort vor dring quasi so zack 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 oh lol aber oh lol oh lol oh lol oh lol oh lol oh lol sterbe ich jetzt? ne gut äh so nein halte Richtung okay ich muss ein bisschen üben lass mir Zeit lass mir Zeit bomben nice ok 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 und das ist darüber ach stopp äh äh 20 ok nice jetzt geh ich runter weg da ist auch mehr truhe nice oh lol ich hab sieben Zuschauer ich hab alle herzlich bekommen willkommen bei Zelda Twilight Princess oh lol oh lol oh lol Hilfe 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 oh lol Hilfe da ist ein Dude da ist eine Truhe da ist ein Dude da ist eine Truhe aah 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 es macht doch Spaß aah ok ich kann weil sie da oben lang ok ich hole jetzt erstmal die Truhe ein Herzteil nice viel weitere dann haben wir wieder einen neuen Herz Container aah zwitz äh Bomben zack sehr schön so ah ok das war gerade schlechtes timing vielleicht ist es jetzt besser und rüber und rüber eis oh Gott eh wo bin ich wo bin ich Gott ich kenne mich einfach überhaupt nicht mehr aus ok auf jeden Fall ist da ist ein Dude und da ist ein Dude und da ist ein Dude und da ist noch ein Dude erst Trühe erst Trühe Trühe Trühen gehen immer vor ja so euch ein Abpflege zu zack zack so jetzt zwei auf ein Streich das ist so aber die Frage ist wo muss ich jetzt lang wenn jetzt geht es irgendwie ah ah ok ok oh lol ok also zack schlechtes Timing fuck Entschuldigung so ihr müsst euch ihr müsst euch jetzt noch was merken immer wenn wenn ich irgendwas mach und ich und ich dafür Entschuldigung sag dann müsst ihr entweder im Chat oder in den Kommentaren auf YouTube dann müsst ihr dann machnisch schreiben ok also das probieren wir jetzt mal kurz also Entschuldigung das ja das war schlechtes Timing das war schon wieder schlechtes Timing oh das ist scheiße ich schaff das nicht nein ich mach nicht mach nix sondern mach nisch extra mach nisch was macht's was besser denn was macht was besser das machen ja oder so ok ok ich schaff das heute doch wirklich ich schaff das heute echt noch hoffentlich besser macht nisch so hier ah immer wenn ich irgendwo anfangen dann komme ich vielleicht über die über die erste Hürde drüber aber den Rest schaff ich dann nicht mehr so jetzt hier zack nein aber ich war schon recht weit ich schaff das noch ich schaff das noch wirklich das sieht so cool aus auf der Map schau dir das mal an wie ich einfach über die Wand slide so also zack 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 schlechtes Timing und LOL der Dodgerino ist voll in Ordnung danke also ihr seid auch recht cool glaube ich easy me jetzt kann jetzt kann ich hier rein da hat die Welt die Begrüßtien die Begrüßtien ja die werden die wecken die werden Immer schön weiter T-Bang. Okay, ne, ich versinke, ich versinke, ich versinke, okay, jetzt, da, er ist da rüber, so, jetzt, da hin, jetzt, leiten wir hoch, leite, leite, geht fort, da geht's zum Boss, oh, es geht zum Boss, es geht zum Boss, es geht zum Boss, es geht zum Oh, ich geh mal weiter hoch Okay Oh, lo, boah, das, boah, scheiße, oh, T-Bang, T-Bang, das war, war echt überhaupt nicht knapp. Immer schön weiter T-Bang, immer schön weiter T-Bang, immer schön weiter T-Bang. Das ist so geil T-Bang, 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 T-Bang So, und jetzt hoch Wir sind da, Leute, wir sind da Eine Vieh habe ich, nice So Oh Gott Ich kann sagen, rein, oder? Boss Time, du sagst das Wie ein Boss Kapper Wie ein Boss Schmerz So, das ist mal, dass er tritt, wenn das Pappen Sie sind Wie ein Boss In der Fall auch kann zu glauben und auch welche ich habe wirklich bedauerlich es wird leider das letzte mal sehen dass wir uns begegnen der muss ist episch es war klar dass es uns leuchten muss das auge es war so klar es kann ja schlecht grün leuchten weil sonst wird es ja nicht bedrohlich ja 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 ist klar ja du hast auch mit geruch riesen fossil bestes gillet Penis Der hat Mutkühl Boah, die Musik kenne ich noch Scheiße, aber die Musik ist so geil bei dem Boss Easy Ist die Musik zu laut? Das kommt mir irgendwie zu laut vor Feuer So, nein! Oh fuck Schlechtes Timing? Nochmal! Nein, 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 nein Nochmal Ja, ja, ja Easy Gute Kreise ins Becken treffen Ja, das hab ich schon verstanden Oh lol Oh 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 Genau, jetzt. Dann sind natürlich solche komischen Soldaten. Und jetzt! Puh! Okay, wir sind's wechseln! Okay, wir haben's fast. Und jetzt! Easy. Easy gain. Oh, Leute, bei mir klingt's gerade. Ich müsste nicht kurz aufkommen. Moment, ich bin kurz weg. Ganz kurz. Jetzt! Vielen Dank.